Hallo Papa, ich bin... Hallo Opa! Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhlich dir Weihnachten, Opa! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Papa. Schöpfung des ZDF für funk, 2017 Wie hätte ich euch denn sonst alles tun? Wrappung des ZDF für funk, 2017 Wie hätte ich euch denn sonst alles tun? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.